Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici 26. März 2019 Denderas Blick in die Akasha-Chronik Wir können gerade mit Ungerechtigkeiten rechnen, mit Ungerechtigkeiten, Gemeinheiten oder Angriffen. Wir sollen da nicht aufhalten, sondern in Kraft bleiben. Jemand versucht uns enttäuschen oder etwas vortäuschen und es ist wirklich sehr wichtig, gerade unserem eigenen Vorstellung bleiben, unserem eigenen Traum leben. Auch nicht verunsichern lassen von jemand. In die Liebe Partnerschaft gilt Nomen est Omen. Das heißt, so wie ihr das beschreibt, konkret, was in die Liebe Partnerschaft kommen soll, genau das passiert. Nomen est Omen. Und das war Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu, zu diesem Klärungsvideo. Diese Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.